Erlaubt sich und dafür drei hübschen geflogen, die bisher der Mannschaft da war. Mal gucken, was jetzt mit Walting-Ropenhauer und Hans Riegelhofer über die Bühne geht. Das Riegelhofer hier, Halbpapierreiß, wir fahren hoch. Walting-Ropenhauer, Halbpapierreiß, wir fahren hoch. Denn es selber Halbpapierklau für den AMC-Ausstift und auch gelb, mit gar weniger AMC-Ausstift. Walting-Ropenhauer und hier optimalen Griffen am Start zu bekommen. Deshalb schauen wir, die beiden hoch, die hier noch im besten Plan ist. Walting-Ropenhauer Walting-Ropenhauer kleinen Spurs Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.